Nach oben, genau. Weißt schon, wo das ist, oder? Eine gute Idee wäre das wahrscheinlich für eingefleischte Salzburger, die auch glauben, sie wirklich gut auszukennen in der Stadt. Für die ist das sicher eine gute Challenge. Bei der Bus-Performance war das sehr interessant bei der Sommerszene. Das waren ja 160 Leute, das war schon ausgebucht vor der Premiere, fand großen Anklang. Das war einfach so ein Gedankenexperiment von mir. Was passiert, wenn du einem eingefleischten Salzburger, du fährst ihn durch die Stadt und er hat nachher den Eindruck, in einer fremden Stadt gewesen zu sein. Kann das funktionieren? Also du bringst ihn wirklich raus an diese Orte und er hat am Schluss irgendwie das Gefühl gehabt, er war in einer anderen Stadt. Es war eigentlich ein Experiment, das zum Teil auf jeden Fall funktioniert hat. Es gab einige Leute, die völlig perplex waren, dass es diese Orte überhaupt gibt. Es gab eigentlich keinen einzigen von den 160 Leuten, der alle Orte gekannt hat. Und es ist eine schöne Mischung aus Verwirrung und leuchtenden Augen entstanden, die dann am Schluss gab es so eine Siegerehrung auf einem Fußballplatz mitten in der Stadt, den auch niemand kennt. Und ja, das war interessant zu sehen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat, dieses Gedankenexperiment. Ich war selbst in Salzburg viel unterwegs natürlich, lebe auch schon eine Zeit lang dort und bin immer wieder an Orte gekommen, die mir als sehr fremd erschienen sind und auch, wo ich gar keine Orientierung hätte, wo ich überhaupt bin in der Stadt. Daraus ist die Idee entstanden, ein Spiel zu machen, das so das Fremde im Vertrauten darstellt. Also ja, einfach eine Reise in die Fremde. Und in der App hat man einfach die Möglichkeit, diese Orte aufzusuchen und muss dann erraten, wo diese Orte sich befinden in der Stadt. Kann mangelnde Ortskenntnisse auch etwas aufbessern durch ein Quiz, das sich auch sozusagen versteckt in der App. Oder kann die Geocaging-Funktion verwenden, um diesen Ort dann auch wirklich zu finden in der Realität, in der Stadt und bekommt dann noch mehr Punkte. Und das war Teil eines dreiteiligen Projektes. Es gab bei einer Sommerszene, gab es eine große Bus-Version, eine analoge Version dieses Spieles, wo man wirklich mit Menschen gespielt hat, die mit dem Bus an diese Orte gebracht worden sind. Und es gab auch eine Arcade-Virtual-Reality-Version. Und jetzt hatten wir dann einfach die Idee, dass wir auch noch eine Möglichkeit für jeden Salzburger dazugeben, dieses Spiel zu spielen. Ich glaube, Technologie hat von Anfang an eigentlich bei uns eine wichtige Rolle gespielt. Eigentlich schon mal aus dem Grund, weil uns gesellschaftliche Themen interessieren und unsere Gesellschaft ist eigentlich ohne Technologie nicht zu denken. Das heißt, wenn wir uns mit zeitgenössischen Problemen beschäftigen, kommt man sofort auf die Technologie und auf die Fragen, was haben wir damit zu tun. Und so waren wir von Anfang an ein Netzwerk, das sich einfach mit dem Elektronischen und Digitalen um uns beschäftigt hat. Sei es in elektronischer Musik oder eben dann auch dem Roboter-Theater und später eben auch dem Computerspiel. Der Weg war für uns also ein ganz natürlicher in der Frage, was umgibt uns, wie sieht unsere Gesellschaft aus und was können wir daraus machen. Es ist ja heutzutage so, dass eigentlich jeder irgendein technologisches Device mit sich herumträgt. Und wenn wir gesellschaftspolitische Kunst machen, muss es immer auch Kunst sein, die sich mit Technik auseinandersetzt. Und dann kommt es noch dazu, auch die Frage, warum habt ihr denn eigentlich plötzlich Computerspiele gemacht? Ihr seid doch aus dem Theater gekommen. Wir haben immer gerne Computerspiele gespielt und da macht es natürlich auch Spaß, sich diesen Medien zu nähern, die man selber gern hat und die einfach riesiges Potenzial gerade im Dialog mit Menschen haben. Ja, wir haben jetzt gerade 200 Jahre zurückgeschaut auf Gold Extra und die Pläne für die Zukunft sind zum Beispiel ein Spiel, wo es um ein dokumentarisches Spiel, wir haben ja einige dokumentarische Spiele gemacht und ein dokumentarisches Spiel, wo es um das Massacre in Vietnam geht, in My Lai, das heißt Killing Fields, das ist ein Teil einer Reihe, wo wir uns mit Töten und dem Verlust von Empathie auseinandersetzen. Das ist ein Thema, das leider, 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 wie einige der Themen, mit denen wir uns über lange Jahre auseinandergesetzt haben, nicht alt wird. Und ein weiteres Thema, an dem wir arbeiten, sind Grenzen. Diesmal geht es um Grenzräume, was entsteht in Grenzräumen, wo etwas abgeschlossen ist, aber wo etwas auch Neues entstehen kann. Und wir werden uns auch noch einmal mit einem Projekt, das 2020 herauskommt, sehr intensiv mit Salzburg auseinandersetzen, zwar mit den Regeln der Stadt und da werde ich dann versuchen, so viele von Salzburgs wichtigen Menschen, die die Regeln der Stadt machen, zu interviewen, wie es nur geht oder wie sie mich lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020